Frankfurt, oder, die über 750 Jahre alte Stadt Frankfurt, oder, auch Frankfurt an der Oder oder Frankfurt oder geschrieben, ist die viertgrößte Stadt des Landes Brandenburg mit ca. 60.000 Einwohnern. Sie ist Grenzstadt im östlichen Landestall zum Nachbarland Polen. Hintergrund Frankfurt war einst Hanse- und Messestadt an der mittleren Oder, die unterhalb Städtins, Polnisch, Städtchen, hinter dem Oderhaft der Ostsee zufließt. Die Stadt wurde bereits 1226 besiedelt und erhielt 1253 das Stadtrecht verliehen. Zu den berühmtesten Personen von Frankfurt, oder, zählte am 18. Oktober 1777 geborene Heinrich von Kleist. Die Brandenburgische Landesuniversität Viadrina in Frankfurt wurde im Jahre 1506 eröffnet. An ihr studierten und andere Ulrich von Hutten, c. p. h. e. Bach, die Gebrüder Humboldt, Michael Pretorius, Heinrich V., Kleist u. v. a. mehr. Aufgrund der Kampfhandlungen der Roten Armee und den zurückweichenden deutschen Armeeverbänden um den 22. April 1945 wurde Frankfurt, Oder, sehr stark zerstört, fast 93%. Nach dem Potsdamer Abkommen wurde Frankfurt Grenzstadt und die einstige Dammvollstadt zur polnischen Nachbarstadt Swobice. Die Oder, polnisch, Odra, war auf langen Strecken zum Grenzfluss geworden. Seit 1990 wachsen die beiden Städte am Strom, die durch eine Stadtbrücke miteinander verbunden sind, in vielerlei Hinsicht wieder zusammen. In der ehemaligen Bezirksstadt der DDR setzte ab den 1950er Jahren eine rege Wohnungsbautätigkeit ein, sodass heute nach Kriegs- und Neubauten das Stadtbild bestimmen. Aber es gibt noch historische Gebäude und Viertel. Durch Eingemeindungen umliegender Orte ist das Stadtterritorium weiter ausgedingt worden. So gehört heute etwa das ca. 12 km entfernte Naherholungsgebiet mit Freizeit- und Campingpark am Hellenesee, der kleinen Ostsee, zu Frankfurt. Mit dem Flugzeug Frankfurt, Oder, hat keinen Flughafen. Der ist nur ca. eine knappe Fahrstunde entfernt. Mit der Bahn der ist gleichzeitig Grenzbahnhof in Richtung Osten. Es gibt Verbindungen im Regionalverkehr mit Berlin, Cottbus-Überguben und Eisenhüttenstadt, Posen, Zilonagora, im Fernverkehr mit Berlin und Warschau. Die meisten Verbindungen mit deutschen Bahnhöfen erfordern ein Umsteigen in Berlin. Reh 1, Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Oder, Berlin, Potsdam, Brandenburg-Magdeburg. Reh 11, Cottbus, Frankfurt, Oder, AB 36, Frankfurt, Oder, Baiskio, Wendeschriez, Königswusterhausen, Berlin-Schöneweide, Berlin-Lichtenberg. RB 60, Frankfurt, Oder, Werbig, Wrietzen, Bad Freienwalde, Eberswalde, Berlin-Lichtenberg. Rehbin, 8 Kilometer entfernt, ist besser an den innerpolnischen Nah- und Fernverkehr angeschlossen als Swubice. Frankfurt liegt im Einzugsbereich des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, VBB. Mit dem Bus es gibt ein regionales Busnetz, welches die umliegenden Landkreise einschließt. Das Busnetz gehört zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Der Busbahnhof befindet sich in der Innenstadt direkt gegenüber dem Bahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz. Straßenbahnlinien kreuzen den Platz. Auf der Straße Frankfurt ist über die Bundesautobahn A 12, E 30, zu erreichen. Diese Autobahn kommt aus Richtung Berlin und führt, teilweise als Autobahn, weiter nach Posen und Warschau. Es gibt zwei Abfahrten, und Außerdem führen folgende Bundesstraßen in die Stadt. B 112, von Eisenhüttenstadt bzw. Guben. B 87, von Möhrosa und Biskus sowie von Cottbus und Peitz. B 5, von Müncheberg. B 167, von Selow. Mit dem Schiff die Oder ist bei Frankfurt schiffbar. Es gibt aber keine Fährverbindung. Mit dem Fahrrad die Stadt liegt direkt am Oder-Neiße-Radweg. Küstrin, 30 Kilometer entfernt, verfügt über gute Anbindung nach Berlin-Lichtenberg und Gzitz, mit weiteren innerpolnischen Verbindungen. Mobilität auf dem Bahnhofsvorplatz befindet sich der Busbahnhof. Und auch die Frankfurter Straßenbahn der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt, oder SVF, hat hier eine Haltestelle. Fünf Straßenbahnlinien, neun Buslinien und zwei Nachtlinien erschließen das Stadtgebiet und die nahe Umgebung. Seit dem 1. Februar 2007 steht ein interessanter Service zur Verfügung, eine für den Nahverkehr entwickelte Auskunftsplattform für Handys wird für den Bereich der SVF angeboten. Abfahrtszeiten, Haltestellen, Informationen und Linienfahrpläne aller Frankfurter Straßenbahn- und Buslinien können kostenlos 0162, 262, 262626, abgerufen werden. Seit Dezember 2012 besteht eine direkte Busverbindung, Linie 983, ins benachbarte polnisches Wubice. Sehenswürdigkeiten über den Tourismusverein Frankfurt, oder, werden Touren, Kulturreisen und Gruppenfahrten organisiert. Kirchen-Zamp-Hype-Symbol 200 BX-Hype-Symbol die Kirche St. Marien-Zamp-Hype-Symbol 150 BX-Hype-Symbol die berühmten Bleigläser der Marienkirche. Die beherbergt heute die Konzerthalle Karl-Philipp-Emmanuel-Bach. Baubeginn der dreischöffigen Hallenkirche war um 1270. 1966 wurden Restaurierungsarbeiten und der Umbau zur Konzerthalle begonnen. Eine Sauerorgel mit 50 Registern sowie 3890 Pfeifen wurde eingebaut. Die Konzerthalle Karl-Philipp-Emmanuel-Bach gehört heute zur Messe- und Veranstaltungs-GmbH. Sie ist Sitz des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt und der Singer-Akademie Frankfurt, oder die, ehemals St. Nikolai, dreischöffige Hallenkirche, deren Bau ca. 1253 begonnen wurde. Sie ist die älteste Kirche der Stadt. 1891 bis 1894 wurde mit dem Bau der beiden Doppeltürme begonnen. Sie wurde 1929 in Friedenskirche umbenannt. Von 1926, 4 Glocken, Orgelneubau von 1990 durch die Firma Sauer, 27 Register. Vor der Kirche befindet sich die Skulptur des Drachentöters Georg. Katholische Kirche, 3 Jochiges Hallen Langhaus von 1897, Orgel von Wilhelm Sauer, 46 Register, 4 Glocken. Auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Kronenfelde wurden 1915-1916 von den damaligen 23.000 gefangenen Russen, Engländern, Franzosen und Italienern die Kapelle errichtet. Ihre Zweckbestimmung war die Nutzung als Andachtsraum, aber auch für Theateraufführungen und Lesungen. Sie ist ein Holzskelettbau in sibirischer Holzbauweise. Das Holz kam aus dem neutralen Schweden. Besonders die handgeschnitzten Kronleuchter mit ihren Drachenköpfen, der geschnitzte Altar und der gusseiserne Dampfkessel für die Innenraumbeheizung sind absolut sehenswert. Seit 2001 besteht ein Förderverein. Adresse, in der Heimkehrersiedlung 4041, 15234 Frankfurt. Anfahrt aus dem Stadtzentrum, Kieler Straße am Klingetal-Klingetal-Platanenweg-Eichenweg. Weitere Bauwerke am Pipe-Symbol 300 BX-Pipe-Symbol das mittelalterliche Rathaus der ehemalige Hansestadt das, erbaut ab 1253, norddeutsche Backsteingotik, Prunkgiebel. Das höchste Büro- und Geschäftsgebäude, 25 Etagen, ist mit seinen 89 Metern der Oder-Turm. In der 24. Etage befindet sich das Restaurant Turm 24. Pumpenjaus. Es stammt aus dem Jahre 1910 und ist ein technisches Denkmal. Und es spielt eine nicht ganz unwichtige Rolle beim Großen- oder Hochwasser, das sich in diesem Juli und August 2017 zum 20. Mal järter und das die größte Flut an der Oder seit Beginn der Aufzeichnungen war. Es ist ein Haus im Fachwerkstil, was aktuell zu einem Restaurant und Übernachtungsbetrieb ausgebaut wird. Konzerthal Löwenapotheke Eines der ältesten Häuser Frankfurts. Weiter sind in der benachbarten Forststraße. An der Ecke Bischofstraße Große oder Straße im Zentrum der Stadt befand sich das schon in der mittelalterlichen Zeit errichtete Haus, das heute als Bollfreshaus bezeichnet wird. Es bildete den südöstlichen Abschluss des Marktes. Über viele Jahre war an einem nach Kriegsende errichten Haus ein Bild vom Bollfreshaus aufgemalt. Nach einiger Zeit des Abriss und Wiederaufbau öffnete das neue Bollfreshaus 2014 seine Türen. Kartoffelhaus, oder Speicher, Parkhof. Ehemalige Hafengebäude, die allesamt der Restauration dienen. Aktuell, 2018, ist der Parkhof jedoch geschlossen. Große Scharnstraße, DDR-Bauten mit DDR-Außenkunst. Friedensglocke, gegenüber dem Museum Viadrina. Direkt an der Oder. Denkmäler-Samp-Hype-Symbol das Heinrich-von-Kleis-Denkmal. Mahnmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten des Zweiten Weltkrieges, befindet sich im Park der Enger südlich der Gertraudenkirche. Friedensglocke, 1953 zum Abkommen über die Oder-Neiße-Friedensgrenze aufgestellt. Sie hängt in einem Glockenjaus, entworfen von Johannes Müller, in unmittelbarer Nähe zum Kleist-Museum. Die Inschrift lautet, Friede und Freundschaft allen Völkern. Denkmal Heinrich von Kleists, befindet sich seit seiner Einweihung am 25. Oktober 1910 in der Grünanlage nördlich der Gertraudenkirche. Stolpersteine, 113 Stolpersteine an 56 Verlegerorten. Museen. Das Sportmuseum, Schlobitzer Straße 7 Achtel, wurde 2016 geschlossen. Straßen und Plätze von der Oder-Promenade hat man einen weiten Blick über den Fluss. Parks Sunpipe-Symbol 270 BX-Pipe-Symbol das sowjetische Ehrenmal am Enger. Trotz vieler DDR-Bausenden, welche die fast völlig zerstörte, ehemals, Stadt zerschneiden, sind viele Grünanlagen erhalten oder neu geschaffen worden, sodass man durchaus von einer grünen Stadt reden kann. Der, die Anlagen, ein von Gartengestalter Johann Peter Lenné im 19. Jahrhundert entworfener Bürgerpark, ca. 1834 bis 1845, verläuft parallel zur zentralen Karl-Marx-Straße Magistrale, und zieht mit seinem reichen Baumbestand Erholungssuchende an. Er war einer der ersten Bürgerparkanlagen Deutschlands. Der wurde 1953 auf dem Gelände des alten Stadtfriedhofs geschaffen. Insel auf der Oder. Direkter nahe Erholungspunkt. Der Name stammt von den Ziegen der Fischer, die von der Insel ihr Futter erhielten. Im 19. schrägstrich 20. Jahrhundert gab es hier Badeanstalten. 2003 Umgestaltung zum Europagarten. Der Westtal ist zu einem Park mit Promenade, ausgedehnten Blumenrabatten, den der oder symbolisch nachempfundenen Hanselinien, einem Heckentheater mit Gastronomie, einem Panoramakino sowie großem Abenteuerspielplatz gestaltet. Im Sommer findet hier der Insel Sommer statt. Zahlreichen Veranstaltungen, UA-Aufführungen der Oper oder Spree, statt. Von der Nordspitze der Insel hat man einen weiten Blick zum polnischen Schwubice. Lienau Park, auch von J. P. Lenny-Geschaffener Park, welcher nördlich direkt an den Lenny-Park angrenzt. Der Park erhielt seinen Namen vom Frankfurter Stadtrat und Weingroßhändler Martin Michael Lienau, dessen Gartenhaus bis 1945 hier stand. Zu DDR-Zeiten gab es im Lienau-Park eine Freilichtbühne. Gertraud-Park, der zwischen Gertraudkirche und dem ehemaligen Hospital St. Spiritus, heute Haus der Künste, gelegene heutige Park war der ehemalige Friedhof der Gubener Vorstadt. Noch heute findet man dort die Grabmale des Dichters Ewald von Kleist und das Heinrich von Kleist-Denkmal. Enger, der ehemalige Exerzierplatz des Frankfurter Leibregiments wurden 1923 zur Parkanlage umgestaltet. Hier befindet sich auch das Ehrenmal der gefallenen sowjetischen Soldaten. Stadtwald, am westlichen Stadtrand angrenzender Stadtwald mit über 700 Hektar. Mischwald aus Eichen, Buchen, Winterlinden, Eschen, Ulmen. Beliebtes Erholungsgebiet und Pilzreservoir der Frankfurter. Am östlichen Rand des Stadtwaldes liegt der Wildpark Rosengarten. Im Jahr 2000 ein geweihter Wildpark mit Wildschweinen, Rehen, Hirschen, Mufflons, Bergziegen und so weiter. Die Tiere bewegen sich zum Teil frei im Gelände. Aktivitäten Das Programm besteht aus Theater, Musical oder Operette. Außerdem gibt es jährliche Festivals, wie die Kleist-Festtage. Besuch der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach, Lebusermauer Straße 4 Die Veranstaltungstätigkeit im Kleist-Forum, in der Konzerthalle und auf dem Messegelände wird von der Frankfurter Messe und Veranstaltungs GmbH getragen. Ein satirisches Theater und Kabarett, seit 32 Jahren in Frankfurt, oder Einziges professionelles Puppentheater in Brandenburg mit erwachsenen Inszenierungen von skurril bis poetisch und Kindereinszenierungen. Theater im Schuppen-FV Ein unkonventionelles freies Theater, welches ein Spielrepertoire vom Klassiker wie Shakespeare, Molière hat, ebenso performativ erzählte Geschichten von Kleist und Po oder Eigenproduktionen. Die Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach, eine ehemalige Franziskanerkirche aus dem 13. Jahrhundert, welche heute als Konzerthalle fungiert. Spielstädte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt, der Singakademie Frankfurt, oder, e.V. und des Orchesters der Frankfurter Musikfreunde e.V. sowie Auftrittsort des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters und junger Talente der Musikschule Frankfurt, oder, direkt an der Oder gelegen. Sport Die Sportstadt Frankfurt, oder, ist eine Hochburg des Leistungs- und Breitensports und hat auch eine besondere Sportgeschichte. Durch das Bundesleistungszentrum, den Olympiastützpunkt, der Bundeswehrsportfördergruppe, der Sportschule, den 13 Landesleistungsstützpunkten sowie den 83 Sportvereinen mit rund 10.000 Mitgliedern hat Frankfurt, oder, deutschlandweite Bekanntheit erlangt. Beispielsweise wurde die Oderstadt durch den Profibox-Weltmeister und heutigen Ehrenbürger der Stadt, Henry Maske, und durch Axel Schulz weltbekannt. Die Frauen des Frankfurter Handball-Club-FV wurden 2004 deutscher Meister. Einkaufen-Heb-Einkaufszentrum, in Neubar-Essenschen oder Turm in der Innenstadt Lenny Passagen in der Innenstadt Spitzgrub Multicenter im Norden Südring Center im Südosten. Küche Sam-Pipe-Symbol Abreit-Pipe-Symbol der Büro- oder Turm-Uhrige und gemütliche Kneipe im Stil des angehenden 20. Jahrhunderts. Bodenständiges Essen Sonntagsbrunch Rathauskeller-Café Diana am Rathausbrunnen-Café, am Brunnenplatz beim oder Turm Griechisches Restaurant Olympia am Brunnenplatz Griechisches Restaurant Olympia am Brunnenplatz Günstig der Studentenkeller bietet das Rundum-Sorglos-Paket für alle Nachtschwärmer. Unterkunft Wer Geld sparen möchte, sollte in Erwägung ziehen, im benachbarten Swobize zu übernachten. Dort sind Hotels wesentlich günstiger als in Deutschland üblich, bei vergleichbarer Qualität. Der Fußweg zwischen den Innenstädten beträgt nur wenige Minuten. Lernen Sam-Pipe-Symbol 180 BX-Pipe-Symbol die Mensa der Europa-Universität Viadrina direkt an der Oder. Die Viadrina ist die östlichste Universitätsstadt Deutschlands mit über 5000 Studierenden aus über 75 Ländern. Mit dem Collegium Polonicum in der polnischen Schwesterstadt Swobize wird eine Bildungsbrücke zwischen Ost und West geschlagen. Fakultäten der Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und Kulturwissenschaften. Eine Besonderheit ist die mehrsprachige, deutsch-polnisch-englisch-französisch, Ausrichtung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Die beiden Mensen in Frankfurt, Oder, und Swobize, Mensa im Collegium Polonicum, stehen allen Studierenden gleichzeitig offen. Theaterschule für Körper und Bildung Forschung Institut für Halbleiterphysik, IIP Arbeiten Frankfurter Brauhaus GmbH Klinikum Frankfurt, oder, gehört zur Rhön Klinikum AG diverse größere Callcenter. Sicherheit den Medienberichten, denen zufolge Frankfurt, oder, aufgrund seiner Nähe zum polnischen Nachbarland unsicher sei, kann man nur entgegenhalten, Frankfurt, oder, ist so sicher und unsicher wie jede andere Großstadt. Auf der Internetwache gibt es auch die virtuelle Polizeiwache des Landes Brandenburg. Gesundheit Evangelisches Krankenhauses Lutherstift Frankfurt, oder, Seele das Klinikum Frankfurt, oder, ist als Krankenhaus mit 889 Planbetten eines der größten Gesundheitshäuser des Landes Brandenburg. Praktische Hinweise Touristinformation Frankfurt, oder, Bollfresh aus, Große oder Straßen 29 15230 Frankfurt, oder, Telefonnummer, 0335 610080, durchwall0, Fax, 0335 610080, durchwall40, mailto, info at tourismus-for.de E-E-Mail Alles, was in und um Frankfurt, oder, so los oder nicht los ist, steht in den Magazinen Sun-Magazin und Freizeit. Auch in analoger Form erhältlich. Die regionale Zeitung heißt hier Märkische oder Zeitung. Die Vorwahl ist 0335. Die Postleitzahlen sind 15201 bis 15236. Ausflüge Richtung Norden nach, Selow, Bad Freienwalde, Eberswalde, durch das Oderbruch. Die Selower Höhen, hier fand die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden statt. 100.000 russische, polnische und deutsche Soldaten verloren hier ihr Leben. Im Gedenken daran wurde das überlebensgroße Denkmal eines sowjetischen Soldaten errichtet. Angeschlossen ist eine Gedenkstädte, die in bewegender und beeindruckender Weise mit Ton, Bild und Filmdokumenten das Geschehen beschreibt. Richtung Osten nach, Posen, Polen. Richtung Süden nach, Eisenhüttenstadt, Guben, Cottbus. In die Spreewaldregion. Güldendorf, typisches enger Dorf mit einem schönen großen Dorfsee. Die erste Erwähnung Güldendorfes findet sich unter dem Ortsnamen Sessonovo 1230 in den Urkunden. Damit ist der älteste Ortsteil der Stadt gemeint, der erst am 29. Oktober 1937 in Güldendorf umbenannt wurde. Eisenhüttenstadt, die als Wohnstadt des Eisenhüttenkombinates, heute Ars Lommetal, errichtete Stadt ist das größte Flächendenkmal Deutschlands. Sehenswert ist das Feuerwehrmuseum, das Museum der DDR-Gegenwartskultur und als technisches Denkmal die Zwillingsschachtschleuse. Zisterzienserkloster Neuzelle Das ehemalige Zisterzienserkloster Neuzelle mit seiner prachtvollen Barockkirche, dem Klostergarten und der Orangerie liegt fünf Autominuten entfernt von Eisenhüttenstadt. In der Klosteranlage oder der Kirche finden im Sommer häufig und regelmäßig Konzerte und Opernaufführungen statt. Besichtigung der Klosteranlage und der davor gelegenen Klosterbrauerei, Klosterbräu, kein Bier, ganzjährig. Naturpark Schlaubetal, Naturschutzgebiet mit ausgedehnten Waldgebieten und zum Teil seltener Fauna und Flora. Circa 15 Kilometer entfernt von Frankfurt, oder Richtung Westenach, Bad Saarow, Fürstenwalde, Berlin Richtung Eisenhüttenstadt liegt der sauberste See Brandenburgs, der Hellenesee. Er hat eine Fläche von ca. 250 Hektar und bietet den größten Campingplatz Europas. Nachbargemeinden in Brandenburg, Briesko-Finkenherd, Großlindo, Müllrose, Jakobsdorf, Treplin, Libus, Brandenburg In Polen, Swubice Literaturfilm Die Kinder von Golzo, einmalige Filmdokumentation Die Kinder aus Golzo aus dem Oderbruch, Jahrgang 1953 bis 1955, wurden seit 1961 bis heute im regelmäßigen Abstand gefilmt und stellen ein Stück Geschichte der DDR bzw. dann in den Übergang zur BRD dar, auch als DVD erhältlich. Asen, B000-F4-M9XW Lebensläufe, Die Kinder von Golzo, das Buch zur Dokumentation, SBN, 3.894.723.572 auch unterzufinden Halbe Treppe, ein deutscher Film, 2002, von Andreas Dresen Tim Gier Tim Gier